Bevor wir mit meinem persönlichen Chucky Ranking starten, ganz kurz natürlich der Hinweis, das hier ist nur meine persönliche Meinung. Bitte seid nicht angepisst, wenn ich euren Lieblings-Chucky-Teil etwas weiter hinten aufgelistet habe, als ihr euch das persönlich vielleicht selbst gewünscht hättet. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere hier vielleicht angepisst sein wird, aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn du eine andere Meinung dazu hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein und wir können alle Freunde sein. Außerdem noch ganz kurz der Hinweis, natürlich kann es hier zu Spoilern kommen, zur Chucky-Reihe im Allgemeinen oder selbstverständlich zu den einzelnen Teilen. Du bist hiermit gewarnt, alle Disclaimer wurden disclaimed, also legen wir los. Auf Platz 8 hätten wir Child's Play 2019. Das ist die Neuverfilmung des Originals aus dem Jahre 1988 vom Erfinder Don Mancini und auch das Reboot der Chucky-Filmreihe sozusagen. Don Mancini war hier aber nicht eingeweiht, distanziert sich auch sehr von dieser Neuverfilmung, genauso wie weitere Leute, die an den vorherigen Teilen mitgewirkt haben. Diese haben sich zusammengeschlossen und eine Serie produziert, welche letztes Jahr in Amerika ausgestrahlt wurde und jetzt Ende Januar bei uns auf Sky, sprich Sci-Fi, zu sehen sein wird. Insgesamt sind in der ersten Staffel 8 Episoden zu sehen, eine zweite Staffel ist bereits in Produktion und ich werde selbstverständlich von der Serie ebenfalls berichten. Kommen wir aber jetzt zum Reboot der Reihe aus dem Jahre 2019. Da wird die Handlung in die heutige Zeit transportiert. Man versucht aufzuzeigen, wie gefährlich es sein kann, wenn wir uns heutzutage im Alltag immer mehr auf künstliche Intelligenzen wie Alexa und Siri verlassen und auch was passieren kann, wenn so eine künstliche Intelligenz mal durchdreht. Vor allem mit dem Wissen, den persönlichen Daten, die wir zuvor einfach unbedacht von uns preisgegeben haben. Der Film hat einige tolle Referenzen an Robocop oder Texas Chainsaw Massacre. Außerdem war der Regisseur ganz klar ein Fan vom Film E.T. Das sieht man an der Tatsache, dass Andy fast die ganze Zeit mit einem roten Pulli rumläuft. Außerdem am leuchtenden Finger von Chucky und der Tatsache, dass er das Fernsehprogramm konsumiert und anhand dessen sich eben weiter und fortbildet. Aber das allein zusammen mit ein paar blutigen Kills und lustigen Sprüchen macht noch lange keinen guten Film oder Reboot aus. Denn sind wir mal ehrlich, das hatten die anderen Teile vorher auch zu bieten. Mit jeder Sichtung dieses Teils fallen mir immer mehr negative Sachen und Probleme auf. Zum einen haben wir die Tatsache, dass der Film zu sehr auf moderne und cool getrimmt wurde. Dann haben wir die Tatsache, dass es komplett an irgendwie Spannung, Atmosphäre und auch Charme des Originals fehlt. Außerdem funktioniert die Mutter-Sohn-Beziehung für mich überhaupt nicht. Und das Schlimmste ist Chucky selbst. Ich meine, guckt man sich einmal Chucky an, dann fehlt es ihm natürlich an Seele. Allein schon, weil es keinen Charles Lee Raymer gibt, sondern eine künstliche Intelligenz. Er wurde auch künstlich erzeugt, sprich CGI. Und das sieht einfach furchtbar aus. Also nicht furchtbar, dass man Angst davor hat, sondern einfach fürchterlich schlecht. Wir haben die roten Augen, die so auf gewollt böse sind, aber eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Diese Bewegungen, speziell die Mundbewegungen, wenn er spricht, auch wenn er böse wird, das sieht dermaßen kacke aus. Du möchtest ihn am liebsten die Fresse polieren. Und auch alles andere ist, mir fehlen da eigentlich wirklich die Worte. Ich werde da richtig aggressiv. Er sieht weder so aus, dass du ihn dir als liebe Puppe nach Hause holen möchtest, als Freund oder als Spielzeug oder einem anderen Kind erschenken möchtest. Noch sieht er irgendwie angsteinflößend oder sonstiges aus. Es sieht einfach nur lächerlich aus. Und das bei einem Chucky-Film, wo Chucky die Hauptrolle eigentlich spielt, ist für mich ein absolutes No-Go. Vielleicht wäre es als eigenständiger Horrorfilm etwas geworden, aber hier als Teil des Chucky-Franchises funktioniert das für mich überhaupt nicht. Da hilft es auch nicht, dass Mark Hamill im Original den Chucky spricht. Also für mich der schlechteste Teil dieses Franchises. Auf Platz 7 hätten wir Cult of Chucky aus dem Jahre 2017. Das ist die direkte Fortsetzung zu Curse of Chucky aus dem Jahre 2013, wo man sich dazu entschlossen hat, nach den zuvor eher humorvollen Teilen, möchte ich mal sagen, wieder zu einem ernsteren Ton zurückzukommen. Man hat auch hier ein paar blutige Kills, aber für mich ist es die langweiligste Geschichte mit der geringsten Abwechslung. Und deswegen wird das Ganze auch sehr schnell eintönig, obwohl ich persönlich Filme sehr mag, die an einem Schauplatz spielen, wie zum Beispiel Stirb Langsam 1 und 2 oder aber auch Alarmstufe Rot 1 und 2. Chucky steht hier zwar im Mittelpunkt, aber diese mehreren Chucky haben mir dann weniger gut gefallen. Auch die anderen Charaktere, bis auf Nika, vielleicht gehen einem völlig am Arsch vorbei. Man hat hier zwar ein, zwei blutige Kills und Sprüche, aber dennoch ist es für mich sehr schnell langweilig geworden. Und deswegen ist Cult of Chucky hier bei mir nur auf Platz 7. Auf Platz 6 hätten wir Curse of Chucky aus dem Jahre 2013. Hier hat man versucht, den ernsten Ton des ersten Teils der Filmreihe wieder einzufangen, ohne sich selbst aber zu ernst zu nehmen. Wir haben ein paar lustige Dialoge und Einlagen, ohne im Klamauk abzudriften. Wir haben einen Chucky, der wieder böse, aber auch unterhaltsam ist. Mit Nika haben wir eine Hauptprotagonistin, die sympathisch ist, die man mag, die man ins Herz schließt und mit der man mitfiebert. Man ist zwar hauptsächlich wieder hier nur an einem Ort des Geschehens, nämlich in einer Villa, dennoch schafft man es Spannung zu erzeugen und auch eine dichte Atmosphäre. Es gibt auch wieder ein paar blutige Kills, also alles in allem gefällt mir dieser Teil noch etwas besser als Cult of Chucky. Und deswegen ist Curse of Chucky aus dem Jahre 2013 bei mir auf Platz 6. Auf Platz 5 hätten wir Chucky Teil 3 aus dem Jahre 1991. Dieser Teil war mutig, er hat dieses gewohnte familiäre Umfeld verlassen. Wir sind auf einer Militärschule, Andy ist etwas größer geworden, er kann auch nicht ewig ein kleiner Bub bleiben. Und Chucky versucht nicht mehr von ihm Besitz zu ergreifen, sondern von einem anderen kleinen Jungen. Ich muss sagen, auch wenn der Film mutig war, ein paar lustige Sprüche hat und auch ein paar brutale Szenen, bin ich nie so wirklich mit diesem Militärumfeld klar geworden und auch klar gekommen. Dieses Chucky-Feeling machte sich bei mir einfach nie irgendwie breit, wollte sich nicht einstellen. Bis zum Schluss hin, das Finale ist für mich mit das Beste der kompletten Reihe in dieser Geisterbahn, wo Chucky hier die halbe Gesichtshälfte weggeschnitten wird und er dann so ein bisschen wie Terminator rüberkommt. Aber das Ganze erinnert mich auch ein wenig an Planet Terror, auch ganz zum Schluss hin, wo ihm dann der Arm weggeschossen wird und er komplett zerfetzt wird. Das hat richtig Spaß gemacht, aber war für mich leider zu wenig, um den Film höher einzustufen als die anderen Teile, die jetzt noch kommen. Und deswegen Chucky 3 bei mir auf Platz 5. Auf Platz 4 haben wir Bride of Chucky aus dem Jahre 1998 oder bei uns eben die Braut von Chucky. Ich finde die Grundidee richtig genial, zwei absolut gestörte und geisteskranke Charaktere aufeinander loszulassen, die sich genauso lieben, wie sie hassen. Sie streiten und morden sich durch den kompletten Film, aufgelockert immer wieder durch ein paar romantische Szenen, die aber komplett abgedreht und durchgedreht sind. Und das komplette Gegenteil von dem sind, wie es sich normale Liebespaare vorstellen würden. Mir hätte mal ein Crossover gefallen, noch mit Annabelle zum Beispiel, die hier auftaucht, mit Chucky eine Affäre hat und dann unsere Tiffany hier komplett eifersüchtig durchdreht. Wir haben Catherine Heigl in jungen Jahren, die nicht unlecker ist, genauso wie Jennifer Tilly mit anzusehen. Denn Chucky hat hier sein coolstes Design, außerdem haben wir noch John Ritter in einer Nebenrolle. Ich finde den Film richtig klasse, auch wenn ich weiß, dass der Humor bestimmt nicht jeden Geschmack trifft. Meinen trifft er aber voll und deswegen ist Bride of Chucky bei mir auf Platz 4. Achtung, De-Abo in 3, 2, 1, go! Auf Platz 3 haben wir Seed of Chucky aus dem Jahre 2004 und ich weiß, spätestens jetzt geht das Ge-Hate, Ge-Dislike und das De-Abonnieren los. Ist es ein guter Film? Nein. Ist er unterhaltsam? Verdammt nochmal. Ja, ich finde den Film richtig witzig. Ich meine, der ist so scheiße und so over the top, dass er schon wieder gut ist. Kein guter Film, aber gut, um drüber zu lachen und auch gut, um eine gute Zeit zu verbringen. Wir haben hier so viel an Selbstironie und Situationskomik, allein schon mit unserem Glenn oder Glenn da, mit diesem Made in Japan, wo er meint, er kommt aus Japan oder wurde dort eben geboren. Aber auch andere Sprüche, die bedingungslose Liebe der Mutter, eben Tiffany zu ihrem Kind und Chucky, der völlig durchdreht und unbedingt einen Mörder aus seinem Sohn oder Tochter oder was weiß ich auch immer machen möchte. Diese ganzen Anspielungen, diese ganzen Referenzen an andere Horrorfilme wie Vershining, das macht einfach nur Spaß. Es trifft selbstverständlich nicht jedermanns Humor und der Film wird auch von vielen eingefleischten Chucky-Fans als Beleidigung angesehen, kann ich nachvollziehen. Aber ich bin halt offen für so einen schlechten Humor, nennt es von mir aus auch so, ist mir völlig scheißegal. Ich wurde bei dem Film bestens unterhalten und ja, die Puppe von Glenn oder Glenn da sieht scheiße aus. Aber immer noch zehnmal besser als diese seelenlose CGI aus dem Jahre 2019. Für mich dermaßen over the top, wie es kaum noch mehr sein kann. So scheiße, dass es schon wieder gut ist und deswegen Seed of Chucky bei mir auf Platz 3. Wann immer man ein Ranking macht, so gibt es da ein ungeschriebenes Gesetz. Setze das Original oder den ersten Film der Reihe auf Platz 1 deiner Top-Liste oder deines Rankings und du hast zumindest den größten Teil der ältesten und eingefleischtesten Fan auf deiner Seite und hinter dir. Denn es heißt nicht selten, wow, der erste Teil war der beste Teil der Reihe. Danach ging es mit jedem weiteren Teil bergab. Das mag auf die meisten Filmreihen zutreffen, aber bei Chucky ist das leider nicht der Fall. Hier geht es mir wie bei der Terminator-Reihe. Da finde ich den zweiten Teil besser als den ohnehin schon grandiosen ersten Teil. Wir haben Child's Play aus dem Jahre 1988, das das Fundament legt, damit wir diese Reihe kennen, schätzen und lieben lernen. Wir erfahren über die Hintergründe von Charles Lee Ray und seinem Geist oder seiner Seele. Die werden wir ja über weitere Jahre und Teile weiterverfolgen. Genauso eben unseren kleinen, jungen, süßen Andy. Den schließen wir sofort mit ins Herz. Es ist der Teil, der am wenigsten humorvolle Einlagen hat, dafür aber klassische Elemente des Horrors in sich vereint. Außerdem haben wir hier diesen typischen 80er Charme. Und sind wir mal ehrlich, wir alle lieben doch die Filme der 80er Jahre, dem goldenen Zeitalter der Filme. Egal ob es eben Horrorfilme sind oder aber auch Actionfilme oder Komödien. Das lieben wir, vor allem die älteren Semester, wie ich es einer bin. Und deswegen finde ich diesen Teil auch wirklich fantastisch. Aber den zweiten, den finde ich noch einen Tick besser. Und damit sind wir bei meiner persönlichen Nummer 1 im Chucky-Franchise, nämlich Chucky 2 aus dem Jahre 1990. Alles, was man von einem guten, spannenden und unterhaltsamen Horrorfilm erwartet, das vereint dieser zweite Teil. Du hast ein paar hier, ein paar Hauptprotagonisten, mit denen du einfach mitfieberst. Das Verhältnis zwischen Kyle und Andy, das passt einfach gut. Man merkt, da stimmt die Chemie. Du fieberst mit ihnen mit. Du magst sie einfach. Du hast einen Chucky, der feuchteinflößend ist, der böse ist, der aber auch humorvolle Einlagen hat, ohne ulkig zu werden. Und er ist ganz klar der Star dieses Films. Es gibt ein paar brutale, clevere Kills. Und du hast selbstverständlich handgemachte Effekte, alles Handmade, auch die Animatronics. Also guck dir mal den Chucky an, wie der redet, wie der sich bewegt. Und dann guck dir diesen Chucky von 2019 an. Und dann wirst du mir beisteuern müssen. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dass 30 Jahre nach oder knapp 30 Jahre nach Veröffentlichung und Fortschreitung der Technik sowas abzuliefern, für mich ein absolutes No-Go. Und das streicht aber, wie gut und mit wie viel Herz hier 1990 zu Werke gegangen ist. Man hat eine dichte Atmosphäre, eine spannende Atmosphäre. Man hat eine großartige Musik und dann hast du noch dieses fantastische Finale in der Spielzeugfabrik. Für mich einfach herrlich. Der zweite Teil vereint, wie eingangs jetzt hier schon gesagt. Einfach alles, was ein perfekter, guter, spannender und unterhaltsamer Horrorfilm haben muss. Und deswegen für mich die unangefochtene Nummer 1, Chucky 2 von 1990. So viel zu meinem persönlichen Ranking. Wie sieht es bei dir aus? Schreib mir deine Meinung und deine Liste gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn du mehr von Chucky sehen möchtest, dann klicke jetzt auf das eingeblendete Video. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine Freunde und Servus.